Das war echt heftig, also ich sag ja, das habe ich echt aus selten gesehen in den ganzen Runden, wo ich gespielt habe. Da würde ich mal echt ganz so... Mach dich schön weg, ich habe Sniper dabei. Ich gucke gleich nach unten. Niemand. Niemand. Doch, die gehen hoch. Ist das Drohnenturm oder nicht? Kein Drohnenturm, okay. Oh, er gibt Retour. Achtung. Er hat sie mitbelebt. Er ist in Ordnung, wir sind gerade im Ordnung. Ja, ja, nicht so viel Risiko. Let's move, let's move. Ja, der steht immer noch an dem Balkon. Lass ihn uns nicht mehr so oft sehen, sonst markiert er für seine Bastard-Jogis. Hab ihm wieder alle Platten zogen? Hab ihm wieder alle Platten zogen? Ja. Pulsier 1, ein Zockmitglied ist am Boden. Ihr werdet getroffen. Nein, wo kommt? Der ist da hinten lang. Pass auf, da kommt andere Richtung wieder. Achtung, wer Operator angreift, riskiert ein Kopfgeld. Ich bei dir noch einer. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Alex, move mal hier zurück, dass wir ihn beleben können. Du musst mir ganz kurz Schutz geben, wenn ich ihn belebe. Bleib du unter dem Dach. Ja, unter dem Dach geschwind. Ich mach das erstmal geschwind zur Stücklesweise. Alter, jetzt komm ich hier das Geländer nicht hoch, oder was? Ich höre einen Sniper. Sicher? Ja, ganz sicher sogar. 10.000% sicher. Aber ich hab Sunnywashed, das geht schnell. Bitte tun Wiederbelebung. 10.000%ig war das noch ein Sniper. Dann will ich, ich... Ja, wir rasieren den voll, weil die bleiben auch liegen. Wir warten hier, wir campen das jetzt aus. Alter Schlüssel, City Hall, Central Station, Fire Department. Ja, und eine Pistole zum Unterwasserschießen. Das war ja logisch. Holzer 1, ein Zockmitglied ist am Boden. Ihr werdet getroffen. Ich schmeiß erst mal Minen hier. Er hat vom Sniper gekriegt, gell? Ja, ja. Gegenüber da, das Ding, das Haus. Ich will jetzt, äh, der Zeilzug wieder hoch und dann weg machen. Kann ich? Ja, geh hoch, geh hoch. Ich bleib mit ihm und Neko, we stay down here and watch the bodies. Alex goes upstairs and tries to hit the Sniper. Wenn ich ihn sehe, sag ich dir wo ist. Neko, if you have mines, throw your mines. Ich sehe ihn. Da ist er. Achtung, dieser Sektor ist umkämpft. Da ist er. Ja, er hat mich auch gesehen. Ich hau ihn gleich ab. Ich hau ihn gleich weg. Keine Sorgen. Ich lenke ihn ab. Ab was abgekriegt. Ich lenke ihn die ganze Zeit ab. Holzer 1, ein Zockmitglied ist am Boden. Ihr werdet getroffen. Ich sehe nur seine Waffe, ich habe keine Range. Ich habe ihm Platten gezogen. Abwarten. Ich habe ihm alle Platten gezogen. Jetzt ist er weg. Ein feindlicher Trupp ist hinter eurem Beutedepot her. Eure Position wird verfolgt. Rechnet mit Feinkontakt. Das kann nicht er gewesen sein, wo das Telefon angenommen hat. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Ich komme zurück. Ich brauche Platten. Hier. Ja. Neko, lass uns die Plätze nehmen und die Position entfernen. Da kommt ein anderes Team. Incoming. Zniper rechts oben. Achtung. Also, ihr wisst ja. Ja, ja, ja. Start range. Da kommt ein Exfil-Haley hier. Oh, die kommt, die kommt. Da ist das Auto schon. Sie haben mich erwischt! Achtung! Säfte! Ich habe halt immer noch keine Scheißplatten. Ich habe eine. Platziere Mine! Hier ist einer bei mir. Hab ihn. Oh, gut. Da kommt einer noch dran. Achtung! Der feindliche Kampfhubschrauber nähert sich eurer Position. Neko, nice Radar. Nice Radar. Ultra 1, wir registrieren erhöhte Aktivität im Gebiet. Aufpassen! Ich kann mir bestimmt einer ein bisschen Kohle schmeißen, dass ich Platten kaufen kann. Schmeiß bloß ein Tausender raus. Das reicht. Ich will bloß zehn Platten ziehen kurz. Oder so. Noch besser. Geld. Hier ist Geld. Ich habe die Treppe oben. I watch the stairs. I watch the stairs. zusammen. Oh , da ist der Typ. Wir sehen nicht, dass wir ab und loskommen. Die kam von da drüben. Die kam von der Richtung. Wo liegt denn der Fuzzi, dass der jetzt wiederbelebt wird? Sehr schön. Geile Welle. Ja, die eine habe ich abgelegt. Aber nein, die Sieg habe ich eingesteckt. Boah, die ist aber nur für ultra nahe Distanz. Ja, aber die ist halt unter Wasser unersetzlich, wenn du hier irgendwo ins Wasser springen musst.